Ah, nicht so einfach. Bam, 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 bam. Doch so einfach. Giftsiegel und Sprengstoff. Und XP. Das war's dann auf diesem Planeten. Zurück zur Normandy. Ja, heieie, ich möchte auch gleich auf die Karte, um weiterzumachen. Ja, ja, das haben wir schön. Schön, schön. Das. Die habe ich eigentlich auch noch nicht angeschaut. Aber ich muss jetzt ins... Orking Eta, Argus Ro, Gemini Sigma. Was? Gemini Sigma? Oder was ist der Exodus Cluster? Ich glaube, Gemini Sigma. Ming? Ja, Han. Oh, ein Planet mit Ringen. Hm, nichts zu holen. Der sieht bewohnbar aus. Ah, da müssen wir sogar hin. Aber erstmal die anderen wieder abprüfen nach... Zeugs? Materialischen Schriften. Leichtmetall. Oh, Beryllium. Okay. Hier gibt's nichts. Dann landen wir doch auf Mavigon. Oh, Warnung. Kältegefahr der Stufe 1. Schon wieder ein Eisplanet. Charlie und Rex wieder. Ihr seid gut. Ich habe zwar keinen Plan, was ihr immer macht, während ich kämpfe, aber... Außer Rex, der läuft im Weg rum. Hm. Aber prinzipiell... Aber prinzipiell... Taugen die schon. Oh, wir fahren Stufe 2 sogar. Da müssen wir hin. Aber zum Trümmern gehen wir zuerst. Die sind direkt hinter mir eigentlich. Uff. Tja. Okay, den Berg... Muss ich wohl umfahren. Ja, wenigstens in die Richtung, stimmt. Gefahrenstufe 2. Das heißt, wenn wir mal aussteigen, müssen wir uns wieder beeilen. Dann geht wieder so ein komischer Balken in die Höhe. Ich will immer noch nicht herausfinden, was passiert, wenn er voll ist. Und? Hier ist die Grenze schon fast. Ah, ein bisschen zu weit. Dann müssen wir in die Richtung weiter. Stimmt das? Ja. Ah, da vorne ist es. Ah, sehe ich das schon? Oder ist es auf dem Berg? Nee, es ist auf dem Berg. Toll. Vielleicht komme ich da hoch? Wie sieht es aus? Ja. 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 Oh, da haben wir es schon. Abgestürzte Sonde. Gleich daneben aussteigen, damit wir lang draußen bleiben müssen. Unten links bewegt sich jetzt... Äh, unten rechts bewegt sich jetzt der Balken. Oh. Nein. Nein. Ach, verflucht. Ja. Kann ich es nochmal? Ach, ja, dann mach. Ach, hat sich nicht gelobt. So, sind wir da drin. Hui. Ah, ich mag das Techefriere nicht. Wegen der blöden Steuerung immer. Ah, Richtung passt. Toll. Riesenberg. Ob die sich auch hier draußen bewegen? Die Gegner? So, schauen wir mal auf die Karte. Ich... Ja, es ist sinnvoll, wenn ich da durchfahre. Und auf der anderen Seite weiter. Oh, die sind tatsächlich draußen. Oh. Da sind große Gegner. Warte, wo komme ich? Die sind auf dem Berg. Wie komme ich auf den Berg? Okay. Sind das Geschütztürme? Würde es Sinn machen, wenn da Geschütztürme sind, weil... Als Menschen... Entschuldigung. Entschuldigung. Schluckt. Äh... Der eigene... Ja, als Menschen... Würden die hier draußen ja... ...erfrieren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, vorsichtig. Woa... Erster kaputt Zweiter kaputt Ja, ihr seid zwar gut positioniert, aber nicht gut genug Jetzt muss ich bloß schauen, wo komme ich da rein Da sind alles die Türme Ah ja, ich glaube ich Schön wenden Nein, wenden und auf dem Berg bleiben Wie wäre ich hier eigentlich normal rauf gekommen? Genau, hier ist die Tür Aussteigen, schnell rein Waffen So, wir sind drin Mal schnell speichern Wüstische Musik Ah, ein Medizinkit Okay, der Spaß beginnt gleich Ach, wie ich das hasse Massen an Gegner Und sie können von beiden Seiten kommen Vorsicht Vorsicht Wow Ich bin da Ein Kroganer Wir müssen auf der Seite auch aufpassen Bam Der hält schon einiges aus Der wurde auch erledigt Hier drauf klettern kann ich nicht Nö Nö Naja, das sind jetzt noch zwei Die werden wir jetzt auch noch erledigen, oder? Lass mal schauen, dass wir sie sehen Weiß wo Ich schaffe, ich schaffe Gangster-Boss Erledigt Erledigt Zweiter Gangster-Boss Eliminiert Jetzt sind beide ausgeschaltet Held und Blake Wird sich sicherlich sehr erfreut sein zu hören Dass diese beiden Subjekte Kein Problem mehr darstellen Hey, da lebt doch noch einer Ach lol Wann um eine Granate? Vermute ich mal Schauen wir mal Vielleicht gibt es hier noch ein paar Schätze Abzustauben Soll es sich ja gelohnt haben Hier reinzugehen Wobei, die Gegner waren jetzt nicht zu stark Ich merke schon Die Biotiker, die machen mir am meisten Sorgen Die schubsen immer einen rum Oh, Bio-Verstärker Vier Leicht Das hört man gern Dam, 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 dam Was haben die hier? Haben die hier Drogencocktails oder wie? Lilla Brause Fehlerhaftes Objekt Fehlerhaftes Objekt Sehr schön Ah ja Technik-Kit Mittelschwer Oh ja, leicht Quarianer Das können wir doch gleich mal Thali geben Tali, da... Oh, und noch mehr Zeug. Mittelschwer, Mensch. Tali, wir haben eine neue Rüstung für dich. Oder? Ja, um einiges besser. Besonders die Schilde. Oh, sexy. Ansonsten Schrottflinte. Nichts Neues. Pistole. Nichts Neues. Und, naja, gut. Und ich habe hier mit meinem Sechser-Stürmgewehr schon jetzt eine ziemlich starke Waffe. Tagebuch, wo soll ich die jetzt eigentlich treffen? Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Fortuna, Pferdekopfnebel. Fortuna und Pferdekopfnebel. Hm. Alles klar. Hm, kommt er runter? Nein. Ich würde gerne schneller rennen können. Rennen. Es ist kalt, es ist kalt. Schnell. Zurück zur Norm. Pferdekopfnebel. Äh. Mensch, habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Wohin nochmal? Also, hier sind wir fertig. Ich könnte das Ming-System nochmal anschauen. Vielleicht sieht man da was. Ich lande jetzt nicht... Oh, was haben wir hier? Muss ich da sogar hin? Ich wollte eigentlich noch... Ja, dann kommen wir später nochmal hier hin. Ming, wenn ich dann hin muss. So, wohin musste ich noch... Armstrong? Nebel? Nebel hört sich doch gut an, oder? Irgendwo ein Nebel. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skylianischen Randsektor verstärkt zu Gate-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Gate-Außenposten auf vier verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Ich kümmere mich darum, Admiral. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Gate gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Gate-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Das ist interessant. Äh. Äh. Dann bin ich hier, glaube ich, falsch. Na, da will ich jetzt nicht. So, schauen wir nochmal. Tagebuch. Gateüberfälle. Cerberus. Nein, wir wollen jetzt erstmal das da. Okay. Begeben Sie sich zum Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Ach. Da hieß doch nichts Fortuna, oder? Pferdekopfnebel im Fortuna. Pferdekopfnebel. Ach, doch, hier. Pferdekopfnebel. Pax. Pferdekopf. Pferdekopf. Strenus. Fortuna. Daran habe ich ja natürlich nicht gedacht, dass auch dort, wo ich primär hin muss, was sein könnte. Und welcher ist es jetzt? Der ist es. Okay, schau mal erst die anderen Planeten an. Hier ist... Turianische Inzykien. Hier ist... Nothing. Hier... Plutonium für Atombomben. Ausgezeichnet. Dann landen wir hier und... Ich bin mir sicher, dass die uns hier nichts treffen will, um uns eine Belohnung zu geben. Ich bin mir sicher, dass die ihr da impost appliedOk карт fernab Thaiter. An es beruf und sie dann ist das drumähmmt. Vielen Dank.